Hallo und herzlich willkommen bei Gruppenzock. Hier findest du alles, was das Nerdherz begehrt. Es gibt täglich Pokémon Go Livestreams, Retro-Klassiker, die neuesten Spiele, Gamepass-Spiele im Test. Der eShop wird ausgewertet von Nintendo. Wir spielen fast jeden Abend spaßige Community, Multiplayer-Titel. Im Discord ist immer was los. Komm mal vorbei, es gibt verschiedene Räume, wo zu jeder Zeit jemand drin sitzt, der nicht alleine sein will, der Bock hat, mit netten Leuten eine schöne Zeit zu verbringen. Du brauchst auch nicht irgendwie schüchtern sein. Du kannst sie einfach mal reinsetzen, sag Hallo und sag, du willst noch nicht reden. Dann kannst du einfach zuhören ein bisschen und kannst die Leute kennenlernen. Hab einfach eine schöne Zeit bei uns und sei nett. Und dann wird das eine wunderschöne Zukunft für uns alle. Ab 16 Uhr beginnt es hier meistens mit Pokémon Go. Am Abend, so gegen 21.30 Uhr, gibt es immer Multiplayer-Community-Titel. Und dazwischen ist im Discord immer was los. Wie gesagt, komm vorbei, red mit den Leuten. Und ich werde dazwischen im Livestream ein bisschen Retro-Klassiker spielen oder die neuesten Spiele. Also für jeden ist was geboten. Ich würde mich freuen, wenn du dich beteiligst im Chat oder eben im Discord. Also habt eine schöne Zeit bei uns und ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss. 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 Vielen Dank.